Liebe Fußballfreunde, hallo Deutschland! Hier ist Nürnberg, hier ist die 1. Liga, hier wird Geschichte geschrieben. Wir schreiben die 64. Spielminute an diesem Samstag Nachmittag, 7. Mai. Und wir begrüßen unsere Nummer 11, liebe Klubfans! Marek! 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 Bitte schön. Hallo liebe Klubfans! ich will mich bei euch bedanken für dich acht tolles jahres was habe ich hier erlebt in diesem besten verein in ganze welt bei euch beste fans für mich die beste fans haben sie mich in die acht jahre immer kraft gegeben wenn war gut wenn was schlecht stellen sie immer hinter mir und das ich vergesse nie in meinem ganzen leben darum ich sage letztes mal danke danke schön für alles ich liebe euch viel glück das ist das 2 zu 1 unglaublich